Unser letzter Kandidat für den heutigen Tag heißt Danilo Maschetti und er spielt zunächst von Sergej Rachmaninov die Klaviersonate Nummer 1 in D-Moll Op. 28. Danach hören wir von Johann Sebastian Bach in einer Version von Bosoni das Choralvorspiel Herr Gott nun schleust den Himmel auf, Bachwerkeverzeichnis 617. Im Anschluss Bursting Light von Martin Porath, danach von Johann Sebastian Bach die Toccata D-Dur, Bachwerkeverzeichnis 912. Danach die Toccata von Verruccio Bosoni und zum Schluss Johann Sebastian Bach, Verruccio Bosoni, Choralvorspiel Ich rufe zu der Herr Jesu Christ, Bachwerkeverzeichnis 639. Viel Freude beim Zuhören. Applaus 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 Amen. 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 Das war der letzte Kandidat für den heutigen Tag. Morgen geht es um 15 Uhr weiter. Vielen Dank fürs Kommen und fürs Zuhören und bis morgen. Vielen Dank. Vielen Dank.